Hallo Leute, heute wollen wir der Frage auf den Grund gehen, ob Facebooks Libra-Coin eine Gefahr für den Bitcoin darstellt. Ja, leider musste ich feststellen, dass auf YouTube und generell im Internet ziemlich viel Müll als Antwort auf diese Frage produziert worden ist. Da muss ich einfach mal so eine Art Klarstellungsvideo machen, weil die Leute teilweise sehr, sehr verunsichert sind und ich mir dachte, haue ich mal meine Meinung dazu raus. Ich werde in diesem Video drei zentrale Fragen stellen, sodass ihr wahrscheinlich am Ende des Videos selbst auf die Antwort kommt, ob denn Facebooks Libra-Coin eine Gefahr für den Bitcoin darstellt oder ob das vielleicht gar nicht so schlecht für den Bitcoin ist. Aber dazu gibt es drei zentrale Fragen, die wir nacheinander abarbeiten möchten. Ja, als erste Frage wollen wir uns stellen, was kann der Coin eigentlich? Also kann natürlich in Anführungszeichen, wofür ist er gemacht worden? Das wollen wir uns einfach mal in der ersten Frage stellen. Die zweite Frage beschäftigt sich schon mit der Zielgruppe des Coins, weil diese Frage, die muss man sich einfach stellen. Nein, denn vielleicht hat der Bitcoin ja eine ganz, ganz andere Zielgruppe als Facebooks Libra-Coin. Dann wären es ja eh keine Konkurrenten. Deswegen die Frage der Zielgruppe ist sehr entscheidend. Und die dritte Frage, die wir uns stellen wollen, ist, was sind Facebooks Ziele? Also warum macht Facebook eigentlich so eine Kryptowährung? Was haben die möglicherweise davon? Ja, das wollen wir uns einfach mal fragen. Natürlich ist das alles nur meine persönliche Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Aber ja, ihr müsst euch einfach mal diese drei Fragen stellen. Und ich denke, am Ende kommt ihr zu den gleichen Ergebnissen, wenn ihr diese Fragen nicht gänzlich anders beantwortet als ich. Das ist nur meine persönliche Darstellung. Ich bin gespannt, ob ihr das genauso seht. Also ganz, ganz kurz in ein bis zwei Sätzen zusammengefasst ist Facebooks Libra-Coin ein Stable-Coin aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Fiat-Währungen. Es ist ja gemunkelt worden, dass dort der Euro vertreten sein soll, dass der Dollar vertreten sein soll. Und weitere große Weltwährungen sollen im Topf des Libra-Coins gebraten werden, sodass am Ende ein neuer Coin rauskommt, der stabiler sein soll als alle anderen Währungen für sich eben einzeln gesehen. Dadurch, dass man auf so viele, viele unterschiedliche Fiat-Währungen geht und dadurch einen neuen Coin schafft, werden auch alle Fiat-Währungen ein bisschen weiter miteinander verzahnt. Das ist natürlich auch ein Stück weit das, was ein bisschen befürchtet wird, dass vielleicht gewisse Währungen überflüssig werden. Und ja, also im Grunde genommen ist Facebooks Libra-Coin tatsächlich ein Stable-Coin. Welche Coins im Krypto-Universum sind Stable-Coins? Der Bitcoin gehört schon mal nicht dazu. Dazu gehört zum Beispiel Tether, also US-Dollar-T. Dazu gehören alle anderen US-Dollar- und Euro-Stable-Coins, die es noch so gibt. Dazu gehört ein Stück weit auch Ripple und Stellar Looms, weil die so ein bisschen auf diesen Bankensektor anspielen. Und genau das macht ja Facebook im Grunde auch. Wir wollen hier nicht direkt mit Banken kooperieren, sagt sich Facebook, sondern wir wollen eigentlich unsere eigene Bank sein. Natürlich sollte dann auch klar sein, dass genau diese Stable-Coins, die aktuell existieren, und diese Banken-Coins eigentlich die viel größeren Konkurrenten sind als der Bitcoin. Das vielleicht schon mal als kleines Fazit der ersten Frage. Ja, weil nur diese Coins dann im Endeffekt dieselben Ziele verfolgen und dadurch werden sie natürlich auch zu Konkurrenten. Ja, wer ist jetzt eigentlich die Zielgruppe dieser neuen Facebook-Währung? Die Zielgruppe sind ganz klar die Kunden von Facebook selbst, natürlich auch von allen teilnehmenden Unternehmen. Dazu gehören ja zum Beispiel auch Vodafone, Paypal und Visa, also ganz, ganz viele große Unternehmen. Und die Kunden dieser Unternehmen sind ganz klar die Zielgruppe. Das sind zum Großteil Kryptowährungsanfänger und nicht so Leute, die jetzt meinen Kanal schauen. Das sind ja meistens eher Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, die vielleicht schon 2017 oder 2014 eingestiegen sind für die ganz Harten, ja, die schon so lange meinen Kanal verfolgen. Ja, wir sind in dem Sinne gar nicht die Zielgruppe, sondern das sind wirklich Leute, die damit gar nicht in Berührung gekommen sind. Das sind Leute, die kein eigenes Bankkonto haben in ihrem Land, wo das vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Das ist vor allem auch der afrikanische Kontinent, wo das Ganze viel, viel schwieriger ist. Es gibt viel weniger Banken und da haben ganz, ganz viele Leute überhaupt gar kein Bankkonto. Und das sind die Kunden von Facebooks Kryptowährung und zum Großteil eben nicht wir. Klar auch zum Teil auch wir, weil es eben diese Bezahlung im Internet vielleicht ein Stück weit erleichtern soll. Aber wenn ich jetzt von uns rede, meine ich von uns in Deutschland, nicht von den Leuten, die sich schon mit Kryptowährung auseinandersetzen. Weil die Leute, die sich mit Kryptowährung schon auseinandersetzen, die sagen, für mich ist das gar keine Alternative. Was will ich damit? Was für Ziele könnte denn Facebook jetzt tatsächlich verfolgen? Wenn man mal hinter die Facetten schaut, auch Facebook ist kein gemeinnütziger Verein, der irgendwie versucht, allen Menschen zu helfen. Facebook wird am Ende an sein eigenes Portemonnaie und an seine eigene Zukunft denken. Also es geht wie immer eigentlich um Geld, Macht. Facebook will diverse Banken, Staaten umgehen. Das geht schon in eine Richtung, wo viele Staaten auch sagen, das wollen wir gar nicht zulassen. Also im Endeffekt geht es um die Sachen, die vielleicht jedes große Unternehmen verfolgt. Hauptsächlich um Geld und Macht eben. Und genau diese Ziele wird Facebook im Endeffekt auch verfolgen. Klar, ihr sagt jetzt vielleicht, nee, Facebook ist eine ganz tolle Firma, die will nur den Leuten helfen, dass sie überhaupt ein Bankkonto machen können. Ich sehe das persönlich ein kleines bisschen anders. Ich weiß, wie große Unternehmen ticken. Zumindest kann ich es mir anhand der Vergangenheit so ein kleines bisschen vorstellen, wie so große Unternehmen möglicherweise ticken. Und so sehe ich das. Im Endeffekt ist es auch so, dass Facebook alle möglichen Daten über eure Zahlungen dann hat. Ja, wenn ihr mit dem Coin bezahlt, wissen die natürlich alles, was ihr damit kauft. Und das geht wieder in die Werbungssparte von Facebook mit rein. Wenn sie wissen, was ihr gerne kauft, kann man maßgeschneiderte Werbung anzeigen lassen. Also im Endeffekt wird damit das Geschäftskonzept von Facebook auch ein bisschen optimiert. Es geht um die Ansammlung von ganz, ganz vielen Daten. Vielleicht im Hintergrund auch ein bisschen um Profite durch Transaktionsgebühren und dergleichen. Wobei das aber, denke ich zumindest, der kleinste Teil sein wird, weil man ja gerade konkurrenzfähig sein will. Man will ja billiger als Paypal sein. Man will billiger als Visa sein. Und da kann man dann natürlich keine großen Gebühren für die Zahlung verlangen. Sondern da muss man schon auf jeden Fall billiger sein, damit das auch angenommen wird. Sonst ist man ja nicht besser als der ganze Rest. Im Endeffekt wird Facebook zu einer Art Weltbank, also irgendwie Bank für alle Leute, für 2 Milliarden Facebook-Kunden zumindest erstmal. Und natürlich auch für alle, ja, für alle Kunden von allen teilnehmenden Partnern. Und das kann dann schon fast die ganze Welt sein. Also Facebook will im Endeffekt zur Weltbank werden, ohne dass man Banken wirklich braucht, weil Facebook dann die Bank selbst ist. Da ich jetzt kaum was zum Bitcoin gesagt habe und zu der eigentlichen Frage, weil man sich erstmal diese Eingangsfragen stellen muss, kommt jetzt ein Stück weit meine eigene Meinung zu den 3 Fragen. Und dabei gehe ich dann auch viel mehr auf den Bitcoin ein und stelle die Gefahren oder die Chancen für den Bitcoin durch den Libra-Coin dar. Also zur ersten Frage, ich denke Facebook wird alle Stable-Coins und einen Großteil der Banken durch den Libra-Coin definitiv verdrängen. Ja, die werden entweder teilweise dicht machen, teilweise werden sie ihre Marktanteile verlieren. Und ich denke auch auf unseren jetzigen Börsen, wo wir derzeit handeln, wo es ja noch das Paar US-Dollar, T-Bitcoin und so weiter gibt, ist es durchaus denkbar, dass es dann das Paar Libra-Bitcoin gibt. Also dass man seine Libra gegen Bitcoin umtauschen kann und umgekehrt. Also ich denke da wird die Richtung hingehen, gerade da US-Dollar, T, also Tether jetzt nicht gerade gut in der Wählergunst dasteht. Wählergunst sage ich schon, in der Kundengunst im Endeffekt, ja. Weil viele Leute sind verunsichert, es gab ja immer wieder Skandale bezüglich Tether. Also die schießen sich damit schon selbst ins eigene Bein und wenn da jetzt Facebook kommt und eine viel stabilere Währung raushaut, dann glaube ich schon, dass die gute Marktchancen haben, zumindest als Stable-Coin. Kommen wir zur Zielgruppe. Was ist eigentlich die Zielgruppe von Bitcoin? Zum Großteil zumindest nicht Leute, die sagen, ich will damit bezahlen gehen, weil wie wenig Leute zahlen denn wirklich mit dem Bitcoin? Das wird ein ganz, ganz mini, mini kleiner Prozentsatz sein, die sagen, ich will damit bezahlen, trotz der riesigen Transaktionsgebühren und dem riesigen Kursunterschied von einem auf den anderen Tag. Das macht ja als Zahlungsmittel eigentlich gar keinen Sinn. Aber wo macht Bitcoin Sinn? Als digitales Gold, als Wertaufbewahrungsmittel, als Investitionsgut. Was ist dagegen der Libra-Coin? Der ist alles andere als ein Investitionsgut. Der ist ein Gut zum Ausgeben. Also genau das, wofür Bitcoin eigentlich ursprünglich mal gemacht worden ist, als Bezahl-Coin. Damit soll man sich ganz einfach ein Konto machen können. Im Endeffekt ist es ja kein Konto, sondern eine Wallet. Man hat dadurch einen Kontoersatz, kann damit vielleicht sogar überall im Internet bezahlen. Man hat die stabilsten Kurse überhaupt. Also es eignet sich null zum Investieren, wohl aber zum Ausgeben. Also das sind zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen. Einmal die Leute, die es eigentlich nur benutzen wollen, die damit nur bezahlen wollen, was auch immer sie damit bezahlen wollen. Und beim Bitcoin die Leute, die wirklich langfristig investieren wollen, weil sie sagen, das ist das digitale Gold, das ist knapper als Gold. Da kann ich eine ganze Menge Geld mitmachen und ich denke auch, dass Bitcoin da eine Zukunft hat. Klar, am Ende kommen die sich vielleicht ein Stück weit in die Quere. Das will ich jetzt hier nicht ausklammern. Gerade wenn der Bitcoin eben Lightning durchdrückt und dadurch Bitcoin mehr zu einem Bezahl-Coin werden soll, weil die Transaktionsgebühren wegfallen, dann könnten die sich ein Stück weit in die Quere kommen. Aber Bitcoin ist nach wie vor viel zu volatil, als dass es sich als Zahlungsmittel eignen könnte. Ich denke, die Bitcoin-Kurse werden sich erst stabilisieren, wenn die ganze Welt dabei ist. Also wenn da nicht nur 130 Milliarden oder so drin sind, sondern wenn da Billionen von Euro drin sind, dann schwankt der vielleicht noch ein halbes Prozent maximal am Tag und das war es dann auch. Und erst dann kann man sagen, okay, Bitcoin geht in Richtung Bezahl-Coin. Ja, aber aktuell ist das überhaupt nicht der Fall. Also vollkommen unterschiedliche Zielgruppen und ich denke nicht, dass der Libra-Coin deswegen eine Gefahr für den Bitcoin ist. Einfach aufgrund der total unterschiedlichen Zielgruppen. Schauen wir uns zum Vergleich, also zu Punkt 3, nochmal die Ziele des Bitcoin an. Bitcoin ist sehr wohl ein freiheitlicher Coin. Ein Coin, wo man ohne Überwachung leben will und ihn deswegen vielleicht nutzt. Oder auch eben einfach klassisch als Investitionsgut. Bitcoin will gar nichts mit Banken zu tun haben. Bitcoin will nichts mit Staaten zu tun haben. Bitcoin will nichts von Grenzen wissen. Bitcoin will auch nichts von Facebook wissen. Also der Bitcoin verfolgt ganz, ganz andere Ziele als der Libra-Coin, weil der will nämlich genau das Gegenteil. Facebook hat den Coin sehr zentralisiert aufgebaut, will das überwachen, will die Daten nutzen. Also es hat mit Freiheit an sich nichts zu tun. Einzig die Blockchain stellt irgendwie eine Verbindung zu den beiden Coins her. Aber sonst haben die an sich wirklich überhaupt nichts gemeinsam. Weder die Ziele sind irgendwie gemeinsam, noch die Konkurrenzsituation ist gleich. Also sie fischen in ganz, ganz unterschiedlichen Märkten, verkaufen beides zwar als Kryptowährung, aber sie könnten unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein. Also finden wir ein Fazit zu der ganzen Thematik. Ist jetzt der Libra-Coin eine Gefahr für den Bitcoin oder sieht es ganz anders aus? Ich würde sagen, es ist auf gar keinen Fall so. Also mitnichten ist wirklich der Libra-Coin eine Gefahr für den Bitcoin. Einzig die Blockchain einigt diese zwei Coins. Sie nennen sich beide Kryptowährungen, sind aber vollkommen unterschiedlich. Und ich denke eher nicht, dass das eine Gefahr ist. Ganz im Gegenteil. Ich vermute sogar, dass Facebook dafür sorgen wird, mehr Leute zu dem Bitcoin zu treiben. Also dass mehr Leute sich dadurch mit dem Bitcoin beschäftigen. Dass mehr Leute merken, okay, Kryptowährungen sind ja gar nicht so kompliziert. Es ist nicht schwer, jemanden irgendwie Coins zu schicken. Es ist doch alles ganz einfach. Facebook fängt also an, den Leuten Kryptowährungen beizubringen. Irgendwer muss ja damit mal im großen Stil anfangen. Klar kann ich auch viele Videos dazu machen, wie das alles funktioniert. Aber meistens informieren sich nur die Leute darüber, die auch wirklich Bock darauf haben. Aber wenn Facebook die Leute dazu bringt, aufgrund von vielleicht günstigeren Gebühren, die Leute müssen ja den Mehrwert wirklich für sich persönlich sehen. Und das sind nicht irgendwelche Kurssteigerungen in Zukunft, sondern das sind im Falle von Facebook ganz einfach, ja, hier hast du ein Bankkonto, ganz unkompliziert. Hier hast du vielleicht sogar günstigere Preise, den stabileren, ja, die stabilere Währung im Gegensatz zu deiner heimischen Währung. Vielleicht Leute, die aus Afrika kommen, die haben dann irgendeine Währung in ihrem Land, die höchst inflationär ist. Und für die Leute wird der Libra-Coin auf jeden Fall sehr, sehr gut sein, weil die dann ja ihr ganzes Geld da irgendwie wahrscheinlich rein investieren werden. Aber im Endeffekt geht es nur darum, dass sie inflationssicher sind und nicht morgen kein Geld mehr haben im Endeffekt, ja. Klar wird das in dem Sinne wahrscheinlich auch ein kleines bisschen dem Bitcoin schaden, weil gerade in solchen Ländern war der Bitcoin auch immer sehr, sehr stark vertreten. Das will ich jetzt hier gar nicht anzweifeln. Das Risiko muss man auf jeden Fall sehen. Aber im Endeffekt wird Facebook so viele Leute zu Bitcoin bringen, dadurch, dass die sich eben damit beschäftigen, dass Bitcoin langfristig deutlich, deutlich höher abschneiden wird, als ohne Facebooks Libra-Coin. Der Bitcoin ist jetzt deswegen auch wieder in den Nachrichten so präsent, wird auch wieder viel besser dargestellt. Jetzt werden auch so ein bisschen die Unterschiede den Leuten klar, was macht der Libra-Coin, was hat Bitcoin eigentlich vor. Vielleicht ist es ja doch eine Option für mich, immer mehr institutionelle Investoren steigen beim Bitcoin ein, weil sie sagen, sowas muss man als Absicherung auf jeden Fall mit im Depot haben, ähnlich wie Gold. Ja, und ich denke, dass es deswegen den Bitcoin eher nach oben treiben wird, dass der Bitcoin dadurch mehr Akzeptanz findet und im Endeffekt viel, viel besser dasteht, als vor der Einführung des Libra-Coins. Ja, das konnten wir ja auch schon sehen. Also das, was ich hier sage, ist jetzt nicht irgendeine wilde Theorie, sondern der Bitcoin ist ja die letzten Tage und Wochen so krass gestiegen, der hat sich in letzter Zeit auch mal wieder verdoppelt, seit Dezember sogar verdreifacht. Wir sind teilweise sogar schon fast an der Vervierfachung dran, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass ich wahrscheinlich mit meiner Theorie recht habe. Wie sich das in Zukunft entwickelt, müssen wir uns mal anschauen. Auch ich habe die Glaskugel nicht, aber ich vermute, dass der Trend mit dem Bitcoin, dass der immer stärker dasteht jetzt durch den Libra-Coin, und dass das eher weiter anhalten wird und ja, dass möglicherweise, ich hatte es ja auch schon mal in einem Video gesagt, die Bitcoin-Dominanz sogar noch ein Stück weit zunehmen kann, bevor vielleicht dann auch mal irgendwann die Altcoins nachziehen. Schaut euch dazu einfach mal meine Videos an. Ich werde ein paar davon in die Infokarte packen, sodass ihr euch das anschauen könnt. Ja, soweit erstmal meine eigene Meinung zu dem Thema. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Lasst mir auch eure eigene Meinung zu dem Thema da. Also seht ihr das so wie ich oder sagt ihr, boah, was erzählt du da? Ist ja voll Schwachsinn. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall wie immer sehr, sehr interessieren. Außerdem freue ich mich wie immer natürlich auch über ein Abo, sofern ihr noch nicht mein Abonnent seid. Drückt auch die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, sobald ich ein neues Video hochlade. Gestern zum Beispiel habe ich ja auch ein Video hochgeladen. und da ist ja manchmal nicht so ganz klar, kommt das Samstagsvideo jetzt oder nicht. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr zumindest eine Benachrichtigung und wisst, okay, jetzt ist wieder ein Video online gekommen. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Sonntag und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin jetzt erstmal ab nächster Woche im Urlaub. Ich hoffe, ihr reist auch weg und genießt so ein bisschen die schöne Zeit mit ganz viel Sonne und ganz viel Erholung. Ja, dann bis nächste Woche. Ciao!